so leute jetzt geht es weiter beziehungsweise kommen zurück zu lost ember nach der journey mein weiteres entspannungsspiel hier sind wir genau da sind wir geflüchtet wir müssen jetzt gegen diesen schneesturm umkämpfen das kennen wir doch das hatten wir doch gerade eben auch schon kapitel 6 sonnentempel ok ich denke wir müssen uns weiter nach vorne gucken ja da flüchten wir immer weiter sind wir geflüchtet gegen diesen jäger da oder da war doch so ein jäger bursche den die ausgesandt hatten uns zu holen und das hilft uns nicht wirklich weiter hier hier müssen wir sicherlich weiter entlang na komm schon komm komm zieh zieh steh hast du hast du Ja, du hast es für sie getan. Für Waila, richtig? Du wolltest eine Revolution, aber sie war dagegen. Waila wollte, dass sie verstehen. Genau das war dein Plan, sie dazu zu bringen, zu verstehen. Indem du ihnen die Vergangenheit zeigst. Ja, du hast es für sie getan. Ich saß ja quasi in der Falle, oder? Dieser Dolch... Und auch derjenige, der für die Zerstörung deines Dorfes verantwortlich ist. Der die Frau, die du liebtest, hat töten lassen. Warte! Wolf! 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 Es tut mir so leid. Bitte! Wo bist du? Ja, was zum Henker? Wolf, ich wusste nichts davon. Ich schwöre es. Ich war... Ich bin eine schreckliche Person. Nein, ich verdiene deine Vergebung nicht. Alter! Alter! Was zum... Was zum... Das kann doch nicht... Das kann doch nicht euer Ernst sein. Was ist das für eine... Für eine schreckliche und traurige Geschichte, ey. Also damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Ich hab halt... Ich hab halt... Ich hab halt... Das... Halt... Das ist so eine Beziehung zwischen denen gibt. Ich meine, dass es irgendeine gibt, das... Das hab ich schon gedacht, also... Beziehungsweise, das war ja schon zu erahnen, aber... Dass die... Dass die... Dass sie jetzt so... Dass... Dass das... Vater und Tochter sind. Was zum... Das sind so Geschichten, da denkt man sich, das kann sich doch keiner ausdenken. Scheinbar doch. Okay. Aber was nun? Wie soll es weitergehen? Wie kommen wir... Wie kommen wir... Ich meine, wir... Wir hängen immer noch beide gemeinsam am... Seidenen Faden, ja. Und am selben Faden. Wie kommen wir in diese Stadt des Lichts? Das... Ist doch unser Ziel. Wie schaffen wir das? Wie können wir beide Erlösung finden? Wie können wir beide Vergebung finden? Weil wir beide Marsch trotzdem gingen. Wie sehen wir dir? Oder wie kommen wir gerade von den Himmel? Wie kommen wir beide, zu Hause? Oder wie kommen wir beide ... Wie kommen wir, neue Erlösung? Wie kommen wir jetzt nur in der Rose? Wie kommen wir, wieder? Wann? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hätte nie, nie hätte ich damit gerechnet, dass das Vater und Tochter sind. Ja, das ist doch... Nie hätte ich damit gerechnet. Ich habe dich getötet, Wolf. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ach, jetzt kann ich wieder was tun. Ich war noch rausgetappt. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir müssen... Wir wollen ja unseren gemeinsamen Weg in diese Lichter stattfinden und dafür müssen wir irgendwie zumindest versuchen zu vergeben und zu verzeihen und unseren Weg hier rauszufinden. Ja, ich habe dich verbracht. Ich bin gerade gesagt. Wir wollen uns niemals schnappen. Sie hat die Läge in der Luft auf dem Weg, Und wenn du mir lebst? Ich bin nur da, ich möchte nicht die Läge selber schreiben. Kakze Hörstelungen bei Gäste Hörstelungen bei他的 Geist, Gäste Hörstelungen bei Gäste Hörstelungen bei Gäste Hörstelungen bei Gäste, aus dem Weg, Gäste Hörstelungen bei Gäste Hörstelungen bei Gäste, Ist das die Lichterstadt? Ist das die Stadt der Lichter? Ne, das war einfach die Sonne. Ich hoffe, du kannst mir vergeben. Aber ich verstehe, wenn du mich hier zurücklässt. Ich verdiene die Stadt des Lichts nicht. Ich verdiene dich nicht. Sollten wir nicht langsam wieder runter? We walk, we fly, we run, better in my mind I become. Leave the past behind, to another place that we find. Ja, leave the past behind. Komm Vater. Wenn ich schon Vergebung finde, dann nehme ich dich mit auf diesen Weg. Wings we have to glide, carried on a blue clouded sky. Warm rays of sun, making me so fearless and strong. You are a light that burns so constantly. You fill my heart with hope and honesty. You are a light that burns so quickly. Sorry, ich dachte schon, hier geht es nicht falsch. Da, ein Feuer, auf uns zu. Vor uns, das sieht aus wie ein Flüsterstein. Wings we have to glide.